Die kleine Luna gerade mal 20 Monate sie lebt in Gummersbach in Engelskirchen in einem schönen Haus mit einem schönen Garten da wohnt die Luna und die Luna ist an sich ein nettes Mädchen sie sieht putzig aus sie hat dunkles Haar und dunkle Auge und sie krabbelt und läuft und plappert wohl ich freue mich, ich komme gleich zum Thema im Normalfall schläft sie durch und das seit dem ersten Tag nein, am Anfang war es vor Ort das geht gut mit dem Durchschlafen tun die alle nicht direkt, oder? doch mittlerweile schläft sie gut wenn sie nicht gerade brechen mit dem Hinten der Nacht von der absoluten Möhre du warst ja nur einmal gekommen und dann wieder mit dem Hinten dreimal dreimal nur, es fährt zu weit als der großen Autogramma kotze nein du hast es einfach richtig richtig rübergegangen sie hat gejammert und dann war es dann dann dreimal wieder besser und dann war es dann das richtig schlimm wenn ihr auf den Eigislauf hier rechen auch so eigentlich mein Bruder hat das ja ganz klein war auf den Hasen-Cäsar der Hasen-Cäsar da konnte mal der Russen Mutter nachts sich das gebrochene wegwarten den Musstern oder der Hasen war schon föhnen aber der Bruder hat dann wird doch unser Lieblingstier ein Schaf ist das mehrmals? nein das wäre schau das ist die einfach mehrmals kaufe wenn jetzt ein Schaf Feuer gebrochen ist einmal das andere zu werden werfen merke die ja nicht die sind ja noch klein aber wir wollen jetzt nicht nur weil du das brechen ne was kommt denn sonst die Kinder schon zum Kindergarten ne ist ja noch wie so da kommt die im Kindergarten im August dann hast du Freimorgens das ist doch die sind schon nett so Kinder aber manchmal ist es doch schön wenn sie mal kurswechselt oder? und dann ist das ein Liebervater das musst du jetzt sagen aber der ist ja gar nicht da oder? ist das ein attraktiver Mann? ein Lieber attraktiver Vater haaa ich habe auch einen äh geh aus dem im Prinzip sagt er ja auch ist das macht ihr auch ein paar mal Töchterausflüge und was machen die da? die geschwimmen ja die gehen ein paar mal Töchter schwimmen das ist ganz schön weil das macht keiner auch die gehen schwimmen zusammen hat er in einer Schwungflüge oder der Papa auch? der Papa nicht mehr wie heißt der Papa der Papa Masjut wie? Masjut 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 ist das das hier auch aus dem der ganz krassiges gibt ein Riesenapplaus von Luna und ihrer Mutter und was gut das ist das ist stimmt die sind da herzlichen Glückwunsch nachgeregt haben wir eben gesagt für Judy aber von mir dann auch wie alt ist sie geworden 26 wie ich also bitte ein Riesenapplaus ein Riesenapplaus Untertitelung des ZDF, 2020